Diesen Herrn kennen Sie, Sean Connery, der erste James Bond, der immer sagte, gestatten Bond. James Bond. Jetzt sagen Sie, wie kommt er jetzt da drauf? Das kann ich Ihnen sagen, die nächste Gruppe heißt Bond. Das ist ein exzellentes, unglaublich erfolgreiches Streicherquartett. Das erfolgreichste Streicherquartett aller Zeiten. Hayley, Eos, Tanja und Gay G. Hier ist Bond und der Titel Fuego. 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 Das war Bond. Man nennt sie auch die Spice Girls der Klasse.